Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Tutorial möchte ich euch mal zeigen, wie wir die DM-App mit Payback verbinden können. Dafür öffnen wir natürlich als allererstes einmal die DM-App und klicken dann als nächstes einmal ganz unten rechts in der Ecke auf die Option Mein Konto. Ich setze jetzt für dieses Video natürlich mal voraus, dass ihr die DM-App bereits installiert habt und euch dort auch schon ein Konto erstellt habt. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann habe ich dazu schon ein eigenes ausführliches Video hochgeladen. Blende ich euch hier gerade oben rechts in der Ecke mal ein, schaut euch das dann sehr gerne an und kommt danach zu diesem Video hier zurück. Hier bei dieser Option Mein Konto finden wir dann etwas weiter unten den Punkt Payback und klicken natürlich genau da einmal drauf. Und dann können wir hier als nächstes schon unsere Payback-Kundennummer eingeben. Die finden wir entweder auf unserer Payback-Karte oder auch sozusagen in der Registrierungs-E-Mail, die wir damals von Payback bekommen haben, als wir auch unser Konto erstellt haben. Tragt hier also einfach einmal eure Payback-Kundennummer ein. Auch das mache ich gerade einmal und sobald wir die dann hier eingegeben haben, klicken wir unten einmal auf Konten verknüpfen. Als nächstes werden wir dann noch auf eine Payback-Seite weitergeleitet. Auch hier sollte die Kundennummer von davor direkt noch eingetragen sein und wir klicken dann natürlich nochmal auf Weiter. Dann müssen wir jetzt noch einmal unser Payback-Passwort eingeben. Auch das macht ihr also an dieser Stelle natürlich einmal und euer Passwort solltet ihr natürlich selber am besten wissen. Falls ihr das allerdings nicht mehr wissen solltet, dann klickt ihr darunter einmal auf die Option Passwort vergessen und dann könnt ihr eben mit eurer E-Mail-Adresse euer Passwort auch ganz einfach zurücksetzen. Auch hier klicken wir dann als nächstes wieder auf Weiter. Dann müssen wir hier noch einmal unser Einverständnis zu den Auftragsbedingungen geben. Ihr könnt euch das Ganze natürlich gerne auch einmal durchlesen, aber am Ende müssen wir das Ganze sowieso akzeptieren, um fortzufahren. Deshalb klicken wir einmal auf diesen grünen Button, einverstanden. Und dann kommt hier zu guter Letzt noch eine Sache zur personalisierten Werbung. Da könnt ihr dann entweder auch auf Zustimmen und Lospunkten klicken oder auf ohne extra Vorteile fortfahren. Ich werde auch hier jetzt einmal Zustimmen und Lospunkten, aber am Ende des Tages ist es eben euch überlassen. Und dann werden wir hier auch schon wieder zu der DM-App zurückgeleitet. Hier sehen wir dann auch schon eine Art Übersicht von unserem Payback-Konto. Wir sehen also, wie viele Punkte wir bei Payback gerade insgesamt haben, wie viele Punkte davon einlösbar sind und wie viele Punkte vorgemerkt sind. Wundert euch bitte nicht, bei mir steht gerade überall 0. Das liegt einfach daran, dass ich mit meinem Payback-Konto eben noch nichts gemacht habe. Das hat also nichts damit zu tun, dass das hier irgendwie nicht richtig übertragen wurde oder dass das irgendwie ein Fehler ist. Wie gesagt, mein Payback-Konto ist einfach noch ganz neu und dementsprechend habe ich noch keinen einzigen Payback-Punkt. Wenn wir dann hier wieder einen Schritt zurückgehen, dann können wir, wenn wir einfach mal unten beispielsweise auf die Startseite klicken, unsere Kundenkarte öffnen. Und zwar finden wir die dann eben unten rechts in der Ecke. Hier können wir dann ja übrigens auch alle aktivierten Coupons einlösen. Wie genau das mit den Coupons funktioniert, habe ich euch auch schon in einem anderen Tutorial gezeigt. Das Video dazu blende ich euch gleich mal im Abspann ein, könnt ihr euch dann auch sehr gerne anschauen. Aber jetzt, wo wir eben die DM-App auch mit Payback verbunden haben, sammeln wir dann eben bei unserem Einkauf auch automatisch Payback-Punkte, wenn wir diesen QR-Code dann eben bei DM an der Kasse scannen. Nur noch so als kleine Info, wenn ihr möchtet, dann könntet ihr hier rein theoretisch jetzt auch noch Payback-Pay als Zahlungsmethode einrichten. So einfach können wir also Payback mit der DM-App verknüpfen. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schaut euch auch gerne hier im Abspann die anderen Tutorials von mir zur DM-App an. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!